Ein Streamer, ein Highlight, eine Legende, Read of Legends. Wow, 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 wow. Reden wir gerade über Read of Legends, den Read of Legends ja, wieso? Ein Highlight? Ein Highlight? Bei dem Streamer? Ja, es geht auch viel mehr um diesen, diesen einen Käpt'n da. Drachenqualle? Boah, das ist ein Graf. Es geht um Pichu. Warum denn Pichu? Nicht Pikachu? Entwickelt er sich nicht weiter oder was? Ja, das ist so ein bisschen wie bei Ash und Pikachu. Das entwickelt sich ja auch nicht weiter. Das ist halt das Pichu von Read. Ah, okay, ich verstehe. Na dann, film ab. Ich habe irgendwie Angst hier, Leute. Wir sollten nicht hier sein, oder? Nein, du bist jetzt der übelste Motherf***er. Okay. Achtung, 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 Achtung. Nein, ach Mann, hätte ich sie gekillt. Da ist es. Und übrigens, die anderen hier im Chat müssen natürlich auch einen lustvollen Tropfen trinken. Und ich nehme den jetzt einfach mal ganz schön an hier. Boah, ist die Öffnung groß, ey. Das geht ja richtig runter hier, Mensch. Okay, wir machen das jetzt einfach mal, dann sind die alle schon verwirrt, weil damit rechnet jetzt gar keiner. Am Ende des Streams muss ich erst mal meine langen Finger ins feuchte Nass stecken, um sie abzukühlen, weil ich so reinschwitze. Was kam gerade so out of context? Ich knie mich hin, bin schon ganz aufgeregt. Langsam und vorsichtig packe ich ihn aus, nehme ihn in die Hand und langsam und zärtlich schiebe ich ihn in meinen Mund. Oh, Snickers und der Hunger ist gegessen. Minus 112! So, ganz erstmal Vorbereitung treffen, Captain Pikachu. Dreh dich mal um. Lauf mal, lauf mal, lauf mal, lauf mal. Komm, geh mal spielen in der Ecke da. Guck, geh mal spielen. Hier geht nicht mehr viel, ne? Minus 112. Minus 112. Minus 113. Komm. Ist das alles, sagt Sivir. Ich frage dich, Average Crook. Ist das wirklich alles? Jo, das ist alles. Read noch ein Damage-Eintrag, ja. Lässt du das so gelten? Ja, natürlich lasse ich das so gelten. Minus 112. Oh, das lasse ich jetzt aber nicht. Wenn du auf Action gedrückt hättest, jetzt ist es ja ein Sieg. Sieg. Komm, mach mal nicht diesen. Nein, du kriegst den Eintrag. So bin ich ja nicht. Bei Reads S werde ich feuchter als eine Autowaschanlage. Das war Käpt'n Pikachu. Nein, 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 nein. Aggressives Fiepen. Lies das vor. Oh, ihr mit euren Wörtern immer. Rindfleisch etikier... Weißt du, wenn da niemand schreibt, ist es schwierig, dann verrutsche ich in der Zeile, Leute. Okay, ich versuch's nochmal. Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz. Hey, da geh ich mal ganz, ganz nah ans Mikrofon und sage, Daddy. Oh, Daddy. D-d-d-daddy. Oh, jetzt geht's los. Jetzt hat er seine komische tote Frau da. Ich nehm auch die Wave mit und danach ganz, ganz easy weg da. Oh, jetzt geht's rund hier. Jetzt hab ich ein Problem. Was sehen wir gleich schon rein? Oh, diese Ghule sind noch da. Oh. Da ist er, guck mal, da ist es, ne? Da macht er nix. Da ist einfach, da ist der Großherausforderer-Vibe am Start. Oh, oh, the enemy. Genau. Gibt's schon mal seine eigene Party. Wir sind gerade voll hier in Stimmung hier. Pentacle. Das macht's noch ein bisschen besser. Read Text sicher wie immer. I am the-I am the-I am the-I am the-I am the guardian. The guardian. Ich bin jetzt so nah am Mikro, das glaubt ihr gar nicht. Ich esse meinen Popschutz auf. Extra für dich, Käpt'n Pichu. Nee, aber wir dürfen, wir machen den. Steffen ist besser. Er gibt jetzt nicht auf. Er gönnt mir jetzt nicht ins... Er macht das nicht. Oh Mann. Oh Nero. Stell dir vor, wie ich die krosse Krabbenpizza langsam und sinnlich bis vor deiner Haustür bringe. Dann bezahlst du sie mit deinem schmutzigen Geld. Wenn du reinbeißt, schreie ich in dein Ohr, wie geil dieser Käse ist und bockst dir ins Gesicht. Ich habe übrigens schon zwei Assists, also ich bin ziemlich krass gerade im Game. Oh, da ist er. Zur Sicherheit schon mal Ulti anmachen. Oh, da ist der Kill. Da ist ja der Wahnsinn. Ilawi entzünde ich natürlich auch. Nimm den Double Kill, gar kein Problem. Weil der Damage bei mir ist ja ultra krass vom Huf des Hankers. Der ist einfach da, weißt du. Miss Fortune könnte ich auch snacken. Ich hätte noch Flash übrig. Aber lieber Sender oder Miss Fortune? Nehme ich Miss Fortune zuerst. Nein. Nein, ich laufe in die falsche Richtung. Achtung. Achtung. Jetzt kommt ein so cooles Theme. Das wird euch komplett... Ist das überhaupt? Es wird euch komplett wegnocken. Achtung. Das kann ich sogar mitsingen. Ich bin irgendwie heiserleicht. Na, 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 na. Da muss ich los eine rauchen. Da, da. Oh, ist das cool, ne? Und die kleinen Viecher da noch so rumquietschen. Und... Oh, ich kriege Gänsehaut. Und Freezing Sale mit dem Bay-Emote. Sehr cool. Oh, da ist... Oh, da ist Tarek. Die können ihn gerade gar nicht genießen. Aber gleich genießen wir natürlich richtig. Oh. Alle Angriff. Komm einfach drauf. Einfach drauf. Wenn ich dich so sehe, wie du abends Müsli isst, werde ich so richtig wuschig. U, W, U. Da muss ich erstmal wieder abkühlen hier. Das geht ja nicht. Hier muss ich erstmal den Poolstream anmachen. Oh, ja. Hört ihr das? Hört ihr das? So heiß sind meine Finger mittlerweile. Also das ist der Wahnsinn. Wenn ich die Legenden von Runeterra legendiere, glaube ich an das Herz der Karten. Dann noch 14 Milliliter extra hot and spicy T-Box Sauce. Limited Edition auf meiner Zungenspitze. Und mit dem enormen Schmerz reicht meine Konzentration, um jeden Gegner hart aus dem Leben zu böllern. Das ist auch ein sehr schwieriger Text an der Stelle, Captain Pichu. Aber T-Box Sauce ist auf jeden Fall immer gut. Und da ist das Krokodil tot. Leider, leider, leider. Da ist der... Was ist denn da los? Live. Gold. Das ging aber schnell. Das ging aber richtig flott. Der auch... Das war ein ordentliches Gemetzel. WP von Mana. Dankeschön. Wild Gold. Damit ist der Stream vorbei. War schön. Ow 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 Owous Ow 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 Bis zum nächsten Mal. Captain Pikachu kommt natürlich noch mal rein für euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Tschüss. Tschüss.